Musik 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 Was geht ab Freunde, mein Name ist Vookie und wir sind Hamburger Hänger E-Sports und wir spielen jetzt zweite Map es geht auf jeden Fall weit waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Warte, soll ich eine Ansage bei der ersten Map gemacht? Das ist mir irgendwie entfallen. Luko, was haben wir vorher gesagt mit dem durchlaufen hier? Ich bin hier oben geflasht mit 9 Bank Oh, oben holt mich Bombe im Bunker Bombe im Bunker, macht zu Jungs Und oben einer, passt auf Oh, hinten ums vorne noch ganz tief, Achtung Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat Ich hoffe nicht Henning, kannst du extern hinter mich gucken? Unten im Loch, ey, ich kann nicht sehen, das Ecken decken, Jungs Der Enter holt er mich Es ist rauch, ich kann nichts sehen, warte, Loco, warte, warte Aufpassen Bombe liegt mitten aufm Feld jetzt Spielt jetzt zusammen, unten im Bunker, bewegt sich zur Bombe im Bunker Ist unten drin? Ja 101, Junik Bleib doch da am Eck stehen am besten, oder, und wir können nur über dich gucken Rechts im Eck, weißt du? Wo, wo, wo? Genau, und wir gucken über dich Ok Halte ich zwar für eine nicht so gute Position, aber du bist mein Leader Ich mehr, Digger Einer rechtsseitig hinter ihm, also rechtsseitig Kann jemand über mich rüber gucken, aber die Bombe holt? Ja Ja So, sieht man die Nach links noch Ja doch, die sieht man, die sieht man, ich seh sie So, sieht man Ich seh sie Mann, das gibt's doch nicht, dass der nicht kaputt geht Ok, jetzt hat er schnell gelegt, ne? Ne, ne, warte, warte noch, warte noch Der zieht noch ab Kannst du mal gucken, aber Ne, warte Lang Digger, wo komm ich da denn her? Na, mir ist schon klar, dass er da nicht mehr drin ist, in den Bunker gerungen So, Jungs, auf geht's kommen Der macht Wege Oh, lol, mit der M-Tor Ja, ja, passt Wird aufgesucht Nicht schlecht, ey Der hätt ja auch guter Angeln schon rauskamen, ne? Ja, ja Ich nehm die Bombe Jo Sniper down Ich geh trappe, Henning Jo Boah, Digga, hinten ist noch Warte noch Ah, hat der uns nicht erlaubt, Chris, oder was? Hat mich, hat mich Zwei, zwei, zwei im Bunker, zwei im Bunker, Roboter Ich komme, ich komme, ich komme, dauert Noch einer im Bunker Noch einer im Bunker Genau der war das Zwo Zwo und zwei Oh Und er rein Er holt mich Roboter Deine Bombe Das gibt's nicht, Mann Bitte, Jungs Das war auch affisch hingelaufen von euch auf jeden Fall Ich hab schon geschossen, aber er holt mich dann noch, Mann Hättest einfach liegen bleiben können auf der Rampe Oh, ja Habt ich dran gedacht Dann dreh dich ja nicht Ich war doch hinter dir, Digga Ja Bei mir ruckelt das so hart, ne Nix, gar nix Ok, irgendjemand hat auf jeden Fall einen Sniper, Achtung Einer oben drauf Ich nicht, doch seh ich, hab ich Noch einer, noch einer oben drauf Habe ich auch Hab, das ist meiner Hä? Ja, du hast ihn Ja, hast du, ich hab ihn nicht Ich hab einen, ich hab Assist bekommen Oh, wow, nice Der war nämlich schon richtig hart, er fehlte nur einen Schuss So, können wir das jetzt bitte auch mal ordentlich runterspielen, hier Jungs Das wäre ein großes Anliegen Ja, bitte Keinen Punkt mehr abgeben jetzt eigentlich, ne Ja Jene, los Destroy the objective Bomb acquired Ich geh wieder Treppe, Henning Jop Ich bin unten, Henning Ah, ich muss aber hoch Hab zwei Leute unten durch Torsten, Torsten Unten, unten, unten im Loch noch Torsten ist dicht gemacht worden, Achtung Luku, genau da, genau da in diesem Loch Rechts Hab ich nicht gesehen Bunkerhaus da, keine Ahnung, wie man das nennt Komm jetzt langsam rüber zu euch Siehst du Henning? Ich geh gleich noch Wookie-san, was für ne Abwage It's absolutely amazing Good job, Rande Digga, manchmal mach ich das echt Henning, hast du gesehen? Die haben gar nicht mich erwartet, Digga Vor dem Bunker, beide weggeholt Wenn die mich dann holen, ist ja egal, weißt du Das sind zwei weg, da Und ich kann auch ne Ansage machen Aber da, ein bisschen zu spät reagiert da gerade auch, ne Ne, ich war noch oben am Ding, so Ich kann da so schnell gar nicht hin Doch kein Jumper, ne Wir loben dir, ey Ich hab das Gefühl, du bist deutlich langsamer als ich ranne Was? Ich glaub so wie immer, Wookie Na echt, aber komm, echt jetzt mal Gar nichts Gehört das gar nichts, Mann Oben zwei, hab ich Oben, oben links der Treppe, hab ich B unten, nix drinne Zwei noch Hab ich Einer noch Good job Vier Leute grad gemacht Hahaha Alter, der madeste Spieler ganz EU-Bereich holt vier Leute Oh, wie du über Team Hamburg redest du hier? Ja, Digga So würd's euch nämlich auch gehen Du bist richtig Peak, Hanfred, ehrlich Halt mal mit diesem Peak, Mann Du hast locker ne Gunner-Brille auf, oder? Sei ehrlich? Ja Zwei, ums Doppelzüge Ja, so Du check? Ja Ja Anfang des Spiels hab ich auch meine Boah, hier unten im Loch, Digga Direkt da an der Ecke steht der Ehhh Einer oben Im Spawn Einer, hinterläuft das schon Am Hambi, am Hambi Der schladet mich hier Was? Er kriegt's in den Kopf An dem Hambi, direkt vorne beim Eingang Da hinter uns Geht hoch Alleine check Irgendwie durch, oder so Warte Jungs, zwei Punkte noch holen, komm Okay, ich kann jetzt nicht hochgehen Ich werde jetzt nicht hochgehen Ich werde über die rechte Seite jetzt laufen Wenn du Bescheid weißt, ne? Die erwarten mich dann nämlich, glaube ich, jetzt zu dick Vielleicht schmeißt du deinen Nate auch mal hoch, Wookie Jetzt Sag mal welche Jaja, zwei Leute mindestens So Hinterläuft von rechts Da, zwei Leute oben, ne? Digga, du bist ja auch hier, Henning Ja, der steht da oben Unten im Bunker Oben, oben, ist untergehüpft nach rechts Ne, ne, der steht noch hinten, Junik Siehst du da oben nicht mehr, bitte Okay Nicht gesehen In der Halle, in der Halle, in der Halle B-Bombe zwei Zwei gegen fünf Zwei gegen fünf Ja, ne Halle macht mir Kopfschmerzen Komm, wir müssen gleichzeitig rein, da Hier Wann bist du denn da? Er steht schon vor der Tür Ich bin schon vor der Tür Okay Drei Zwei Ah Hinten noch Komm nicht mal rein, Digga Ja Es waren ein bisschen zu viele, da standen sie verteilt Oh, womit der mich holt, Digga, auch So krank Die Waffe macht so einen Schaden, ne? Ich konnte nur einen Schuss loswerden Komm, Jungs, jetzt den letzten Punkt müssen wir uns aber hier holen Ich mach das gleiche wie eben, ne? Kommt ihr an die Bombe, Luko, oder? Check Ne Jack, ich mach jetzt mal meinen, wirst du euch normalerweise erste Runde machen Genau da sind die mal, Luko, pass auf Oben, Hitbox, bin da oben Nehm die Bombe Weiß nicht, ist die immer bei B drin von uns? Ne, ne? Doch, ich Noch nicht Oh, einer steht genau am Hangar, ganz hinten Ich bin B drin Ich bin B drin Hab einen, der war bei A oben Komm B runter Hab einen, noch einen Hab einen, noch einen Spawn war der Platz hier in den Ausgang zu deren Spawn Ich geh hoch Okay Läuft auf dem Catwalk Auf dem Catwalk Auf dem Catwalk Das ist all für die Info Mep, nun mal Bye Search and Destroy Search and Destroy